ja willkommen hier bei mir auf dem kanal es ist wieder zeit für ein bisschen kino bzw dvd in diesem fall und heute stelle ich euch einen film vor wo ich sagen muss ich habe in letzter zeit viel zu viel von action film gehört viel zu viele gesehen und freue mich heute mal einen film da zu haben ja mal ein bisschen mehr mit köpfchen ist ein bisschen mehr kunst der etwas anders macht als wie andere filme und somit haben wir heute einen romantischen drama und ja das mit den anführungszeichen muss einfach sein weil so richtig thriller ist der film halt nicht aber er ist sehr spannend und sehr glaubwürdig und dieser film wird dieser film heißt matchpoint es geht um einen tennis lehrer der hingeht und sich sehr schnell ein mädchen von einer reichen familie verliebt und ja dann praktisch der einheit ein heiratet und wie sich das ganze entwickelt und was dabei am ende rauskommt das erfahrt ihr wenn ihr diesen film seht denn leider werde ich nicht mehr zu diesem film sagen denn das würde ein bisschen viel in meinen augen spoilern aber na gut ansonsten muss ich sagen sehr glaubwürdige charaktere wenn jemand nerven soll dann nervt er euch richtig also ihr habt wirklich das gefühl wenn eine person oberflächlich in diesem film ist oder oberflächlich rüberkommen soll dann ist die in diesem moment auch sehr oberflächlich vom witz her und ihrer von ihren aussagen und ja hier hat auch scarlett johansson mit gespielt und er hätte es gedacht als die rolle die wir im endeffekt auch ähnlich sehen in dem film don john und zwar als sexy frau die nicht auf den kopf gefallen ist sondern ja klug ist ein bisschen was drauf hat aber anders wie in don john hier nicht das geld großartig verdient sondern den zukünftigen sparger der hauptfigur heiraten möchte als er fast schon als penny und the big bang fury denn ihre karriere als schauspielerin läuft überhaupt nicht aber spielt diese rolle wieder super überzeugend wie ich finde und gibt eine tolle power frau ab die hier auch mit einigen wichtigen wissen glänzen kann und jetzt da muss ich ein bisschen schlucken verhält das ist krass wie dieser ja ich sag mal schauspieler plötzlich mir auf dem bildschirm auf dem cover erscheint und das als schauspieler eher so lustig und warmherzig das ist wo die ellen der hier den film gemacht hat und gerade zu anfang merkt man das auch noch stark was ich aber auch sehr schön finde weil ich vermisse da diesen look einfach bei vielen filmen heutzutage und zwar den look der 90er den filme hatte wenn ich an filme wie oder halt auch früher tage des donners die farbe des geldes risky business und jetzt mal ein paar beispiele tom cruise hat diese zeit einfach definiert mit den open mit dem ganzen filmstil die werden wahrscheinlich von den meisten auch im kopf hängen geblieben sein deswegen hier und ja dieser film fängt das gerade zu anfang sehr gut ein wird dann aber auch die düsterer die musik hier auch musikalisch meist sehr gut besetzt bei den anderen fehlte mir das wissen was das für ein stück gerade ist wird auch sehr viel alt musik gespielt also musik die viele von euch vielleicht gar nicht mehr kennen was ich aber sehr überraschend fand also dieser film ist angenehm anders auch einige szenen bombastisch also wo dann der charakterwechsel stattfindet ja fast schon charakterwechsel hier will ich aber nicht weiter darauf eingehen weil es wäre dann gespoiler wenn ihr die stelle seht wisst ihr was ich meine und dann wird euch das auch klar ähm story großartig gemacht also er war mir für zwei stunden vielleicht einen ticken zu lang aber desto länger die story geht und dann der plot twist ein unglaublich guter plot twist wenn ich nicht hätte kommen sehen dass es so passiert ähm unglaublich gut meine absolute empfehlung der motiviert mich gerade unglaublich mit 100 abonnenten und den ganzen klicks die gerade reinkommen daher dachte ich mach heute noch ein video und ich kann auch schon ankündigen endman and the boss wird kommen werdet ihr mir nochmal extra ansehen um zu schauen was ist denn jetzt hängen geblieben woran kann ich mich jetzt noch gut erinnern und so weiter ähm ja wird auf jeden fall kommen und dann werde ich auch da nochmal meinen eindruck drüber geben meine kritik meine review aber für heute soll es das denn gewesen sein daher schaut euch den film an schreibt mir in die kommentare ob euch der film gefallen hat oder nicht lasst einen daumen nach oben da wenn das video euch gefallen hat sachliche kritik wie immer auch in den kommentaren ansonsten teilt das video gerne und damit bin ich raus bis zum nächsten mal euer openbeta ciao